Willkommen bei Malida und zu einer weiteren Folge Depp by Daylight. So, mit Detective Tab, nicht allein, wie wir sehen. Erstmal begrüßen und dem Institut auf jeden Fall. So und Kettensäge, mein Gott, warum? Ich hoffe, er hat mich nicht wahrgenommen. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn er da mitten im Sprint ist. Aber in letzter Zeit habe ich so oft Kettensäge, kommt mir, ist mir wieder ein bisschen suspekt auf jeden Fall. Und warum Detective Tab momentan? Ich habe im Radio tatsächlich einen Klassiker gehört und da dachte ich, muss ich sofort an Detective Tab denken. Und ich kann ihn ja mal kurz einblenden und ja, jetzt die Frage, müsste ich dafür eigentlich nicht eine künstlerische Pause lassen, um das einzublenden? Ich weiß noch nicht. Ich muss auf jeden Fall, ich suche, ja, ich suche einen Generator. Jetzt ist einer schon fertig. Für mich bedeutet das glaube ich nicht, dass, also ich hoffe zumindest, dass er nicht Ruin bei hat. Scheint nicht so. So, hier ist auf jeden Fall Generator. So, mal gucken. Am besten, ich blende es jetzt ein. Am besten blende ich es jetzt ein. Schau, schau, der Kommissar geht um. Wisst ihr, was ich meine? Auf jeden Fall, als ich das gehört habe, für mich ist das manchmal immer so surreal. Ich mache eine Runde und da sind die Effekte ja noch gar nicht bei und dann muss ich sie als gegeben sehen. Oh, okay. Also ich hatte das Lied auf jeden Fall gehört und dachte sofort an Detective Tab. Da sieht man, wie dbd versessen man eigentlich ist. Und ja, ich bin zumindest, ich habe die Spritze bei. Ich versuche jetzt hier als Ordnungshüter, Detective, Kommissar, Bodyguard mal mich zu versuchen. So, ich habe auf jeden Fall auch geliehene Zeit mit, um die Leute halt, falls es irgendwie ein Tunneler ist oder ein Camper, da vielleicht irgendwie zu unterstützen. Sprintboost, Selbstversorge und städtische Invasion, aka Umgehung. Und ja, mal gucken. Oh wohl, der Zweite auch fertig. Und der eine konnte auf jeden Fall jetzt gerade dem Killergriff entkommen anscheinend, ne? So, mal gucken. Er jagt auf jeden Fall die Besessenheit. Ich gucke einmal kurz raus. Oftmals ist hinter diesem Ding ja auch noch ein Totem. So, was mich aber wundert ist, dass er wirklich kein Ulin bei hat. Das ist ja wirklich mal eine, ja, willkommene Abwechslung. So, okay. Der mittlere Generator hier im Institut, das ist oftmals auch so ein Knackpunkt, ne? Wenn ihr die Möglichkeit habt, den zu, äh, zu machen, äh, versucht ihn fertig zu bekommen. Das ist natürlich so ein, so ein Schlüsselpunkt, ne? Weil hier kommt der Killer natürlich auch oft vorbei, wenn er durch die Map flitzt. Deswegen ist das einer der schwersten. Und jetzt kommt er schon wieder. Oh, 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 oh. Ah, jetzt macht er ihn kaputt. Ich hoffe, sie konnte jetzt auch fliehen. Ah nein, sie ist auch noch hier geblieben. Oh, 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 oh. Okay, vielleicht muss ich jetzt gleich doch eingreifen. Oh, oh, oh. Wir sollten nicht bei dir stehen. Komm, vielleicht kommt er zu mir. Ne, er kommt. Nein, 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 nein. Okay, Spritz ist parat, Spritz ist parat. Ja, komm, komm, komm. Tap, 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 tap. Los, Bodyguard, Bodyguard. Okay, Schlache eingesteckt. So, Bodyguard, tap ist am Start. So. Okay, als hat er sie schon wieder erwischt. Vom Namen her würde ich auf jeden Fall auf eine deutsche Gamerin tippen. Oh, da ist sie. Da ist sie. Ja, jetzt kann ich leider auch keinen Schlag kassieren. Also keinen Schlag einstecken. Oh, nein. Jetzt hat sie erwischt. Okay. So, wir müssen uns erstmal irgendwie heilen. So, kam die Spritze doch viel schneller zum Einsatz als gedacht, ne? So, ich weiß auch nicht, ob er Barbecue bei hat. Ja, wenn, dann kommt er zumindest nicht zu mir. Sonst wäre er schon längst hier. Okay, komm, 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 snap. Wir müssen jetzt... Wir müssen jetzt unseren Schützling retten. Ah, komm, 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 komm. Oh, das dauert mir manchmal echt zu lange. Okay, er jagt die Besessenheit. Ah, auch da vorne. Komm, 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 komm. Ah, sie wird schon geholt. Okay. Ach, jetzt lässt er... Oh, nein. Okay, 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 okay. Komm, wir bieten Schutz, wir bieten Schutz. Jawohl. Aber er fokussiert sich nicht auf mich. Oh, Mann. Ich wünsche mal, das wäre irgendwie von Erfolg gekrönt. Erstmal hier kurz im Keller gucken. Ich könnte jetzt ein neues Item gebrauchen. Oh, ey. Jetzt muss ich mich wieder selbst halten. Okay. Sie hat er jetzt noch nicht aufgehangen. Sie hätte lieber wegkriechen sollen. Lieber wegkriechen. Das machen die meisten nicht. Die bleiben einfach liegen. Gerade, wenn der Killer weggeht. Egal, wegkriechen. Und wenn man so nah an einem, der hängt, liegt, sowieso immer wegkriechen. So kann man den Killer dann eventuell weglocken. Weil wenn er irgendwie da stehen kann und beide dadurch für sich sichern kann, das bringt nichts. Okay, jetzt hat er es aufgehoben. So, ich kann nochmal versuchen, aber das bringt auch nichts. Okay, schon den dritten Schlag eingesteckt. Aber alles nicht, nicht von Erfolg, nicht von Erfolg gekrönt. Und wie der Zufall es so will, alles für sie, ne? Quasi Personal Bodyguard. Okay, ich muss los, ich muss los. Ah, okay. So, Claudette rennt schon hin. Oh, 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 oh. Ah, schon down. Also bis gerade sah die Runde eigentlich relativ gut aus, ne? Drei Generatoren schon fertig und so weiter. Aber jetzt gerade... Boah, jetzt habe ich mich erschrocken. Dieser Rabe, ne? Jetzt habe ich gedacht, was ist das denn? Obwohl, das hatte ich letztens schon einmal. Da dachte ich, da fliegt ein Stein oder so, ne? Das ist so schnell... Oh, da kommt sie ja. So, komm her, komm her, komm her. Genau. Jetzt fällt mir übrigens ein Spruch aus dem anderen Film ein, ne? Wie ging der nochmal? Ich kann dir Schutz bieten. Genau. Ich kann Schutz bieten. Ich kann Nahrung bieten. Nenn mich einfach Legend. Ja, auch ein guter Film. So. Obwohl, wo sind die ganzen guten Filme hin? Ne? Wo sind wirklich die ganzen guten Filme hin? Momentan, ich habe so das Gefühl, es kommt nichts Tolles. Klar, Avenger Endgame und so weiter, aber... Ach, willst du nicht machen? Okay, jetzt ist die Frage... Ist sie im Gras? Ja, sie ist im Gras. Oh nein. Okay. Dann müssen wir noch zwei Generatoren machen, ne? Ich weiß jetzt gar nicht... Hängt sie jetzt das erste Mal? Ist jetzt die Chlorid, ne? Übrigens hätte ich jetzt Eifer der Menschen, ne? Eifer der Menschen bei gehabt, dann... Für diese Runde hätte es sich auf jeden Fall gelohnt, ne? Da hätte ich jetzt den Schlag tanken können, der mich in den Todesstatus bringt. So, ich hoffe sie weiß, was sie tut. Mein Schützling. Ich bin jetzt auf der Suche immer irgendwie nach dem Generator. Weil wir müssen jetzt irgendwie Generator-technisch was machen. Sonst ist das hier... Wird das eine verlorene Runde? Okay, jetzt ist die Frage... Okay, okay, komm, ich muss nur einen Generator finden. Nur einen Generator. Und den Generator dann fertig machen. Gott sei Dank sind wir im Institut. Im Institut kann der... Außer natürlich an den Außenringen kann der Billy ja jetzt nicht ganz so... Oh, hier ist ein Generator. Nicht ganz so viel Gas geben. So. Komm, 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 komm. Besser als nichts. So. Ich glaube er war gerade auch hier bei dem Generator. Also ich merke gerade, wie meine Stimme auch schon wieder ein bisschen heiser wird. Ich hoffe das kriegen... Kriegen wir hin. Oh nein. Warum? Warum ausgerechnet von dort, ey? Okay, komm, 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 komm. Ja genau. Wo bin ich? Wo bin ich? Er sucht mich aber, ne? Er lässt dich locker. Okay. Nein, nein. Nein, er hat mich gesehen. Ach Gott. Ach, hätte ja klappen können, ey. Ach man, und der Keller da. Und er hat glaube ich... Wie heißt das Ding? Ach, wie heißt der Perk? Wenn er drüber geht, dann sperrt er den Übergang für die Survivor. Ah... Ne, das war nicht Flipflop, ne? Ne, das war Pop... ...Ghost... ...Eins von beiden. Ich weiß jetzt gerade nicht. Okay. 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 Okay, sie sollte lieber aufpassen. Wenn sie hängt, dann ist sie auch komplett down schon, ne? Also die Meg. So, die Claudette hing, glaube ich, bisher nur im ersten Status. Okay. So, komm, ich geb mal Gas. Nicht, dass ihr noch in Gefahr kommt. So, vorsichtig und leise hier rüber. Uh, könnte gut aussehen. Nein, warum? Nein! 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 Ey, warum? Warum kommt der ausgerechnet da lang? Oh, oh. Oh, oh. Ich hab ein schlechtes Gefühl. Oh, 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 oh. Ja, danke, Meg. Komm, Gas, 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 Gas. Und? Oh, ja, ja, weißt du, wo ich bin? Oh, nein, warum? Warum läuft der denn rechts lang, wenn ich nach links antäusche? Oh, Gott. Es klappt nicht. Es klappt diesmal gar nichts. Komm schon, komm schon, komm schon. Will er mich in den... Nee, nee, in den Keller will er mich nicht springen, oder? Oh, ja, doch, das kann ich schaffen, das kann ich schaffen. Uh, knapp, 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 knapp. Uh. So, komm, komm, komm. Tap, tap, tap. Jetzt irgendwie irgendwas. Uns muss irgendwas einfallen. Oh. Nein, ist der Keller. Ist der Keller. Nein, vollzeit versteckt. Nein, 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 nein. Nein. Jetzt hat er mich auch eiskalt und weggetummelt. Ah, nein. Okay. Ich würde mal sagen, die Hälfte der Runde war eine starke Bodyguard-Runde. Zumindest habe ich da Schutzschläge ordentlich eingesteckt. Und da ist jetzt gerade auch der Ausgang. Haben die es tatsächlich noch geschafft? So, komm schon, komm schon, komm schon, lass mich rein. Okay, sie rennt zum Ausgang. Nein. Nein, nicht Mac. Nicht sie. Ach. Ach. Okay, da wird Claudette ja ordentlich den Ausgang aufmachen können. Jo, das war's auf jeden Fall jetzt für Mac. Schade. Da habe ich als Bodyguard total versagt. Habe ich nicht nur als, 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 als Surfer, als Survivor habe ich jetzt, als Surfer, als Survivor habe ich jetzt versagt, sondern auch als Bodyguard. Mein, äh... Mein, äh... Schönes Arbeiten. Und, oder entspanntes Arbeiten. Und, äh... Ich hoffe, wir sehen uns bei den nächsten Videos wieder. Ciao. Euer Malida. Alidaa.